Ich fahre jetzt nach Amerika. Ihr könnt mich mal. Und ob ich es ihm dann sagen soll, ganz freundlich und ganz ruhig, aber in dem Moment würde ich ihm einen richtigen Schlag in den Magen gerettet werden. So, jetzt können wir noch die Bestecke austeilen. Herr Jorek, möchten Sie das machen? Dieter Jorek wird nach dem Schlag bei seiner Hilfsbereitschaft gepackt und in die Vorbereitung zum Essen eingezogen. Deine Funktion. Jetzt mal wieder richtig. Ihr Platz ist auf dem Haus am See, aber wenn Sie hier nicht essen möchten, dann sagt mir, bleibe ich, klar. Jetzt wieder keine Funktion. Frau Durmeier ist aus Ihrem Törenheim auf Dreck gelaufen, auf der Suche nach Ihren Tönern. Deshalb ist Ihre Karte froh, dass Töne die Töne in den Zahlen gegeben ist. Keine Funktion. Man sperre demente Menschen vor den Toren der Stadt weg und kann sie nicht nachvollziehen. Man fühlt sich nicht, wie ein Gefängnis ist. Es ist zur Sicherheit. Einmal zur Sicherheit der Bewohner, die hier wohnen. Für die Angehörigen ist es eine Sicherheit und fürs Personal auch. Ich meine, wenn jeder Bewohner ein Pfleger hätte, dann kostet sie den Zaun. Keine Funktion. Also unsicher.